Und ihr Vater? War er ein Hausmeister in unserer Firma? Ihr Vater war wirklich nett. Sie hat nicht auf ihn gehört. Sie wollte immer einen luxuriösen Lebensstil haben. Jetzt verstehe ich. Sie hat mich zum Narren gehalten. Sie hat mich nicht geliebt. Ich weiß jetzt, was ich tun werde. Bitte, verzeih mir Peter. Ich verzeihe dir. Willkommen zurück, Liebling. Was machst du da? Hör auf damit. Halt den Mund. Klaus, was ist passiert? Dein Spiel ist vorbei, Lucy. Ich weiß alles über dich. Peter hat mir alles erzählt. Klaus, wovon redest du? Willst du immer noch lügen? Was für ein Mädchen bist du? Ich verstehe nichts. Komm zum Punkt. Dein Vater war Hausmeister in unserer Firma. Du hast über deine Vergangenheit gelogen. Was sagst du da? Das ist nicht wahr. Hör auf zu lügen. Ich habe dein Gespräch mit meiner Mutter mitgehört. Was? Dein Vater ist wegen dir gestorben. Du wolltest immer nur Geld. Das ist alles. Du hast mich nie geliebt. Liebling, bitte hör mir zu. Ich weiß, ich habe gelogen, aber ich liebe dich wirklich. Genug Drama Queen. Du hast Peter verlassen, weil er arm war. Ja, ich habe ihn verlassen, weil ich dich heiraten wollte. Du wolltest mein Geld. Du bist so eine Lügnerin. Du hast deinen Vater verlassen. Du hast Peter verlassen. Du hast meiner Mutter eine Ohrfeige gegeben. Liebling, deine Mutter hat mich an dem Tag gestoßen. Du warst diejenige, die ihr zuerst eine Ohrfeige gegeben hat. Es war dein Plan. Wie konntest du das tun? Liebling, ich liebe dich sehr. Du kannst niemanden lieben. Du liebst nur dich selbst und Geld. Bitte, sag nicht so. Du hast deine Grenzen überschritten. Ich hasse dich, Lucy. Ich hasse dich. Bitte, Klaus. Ich erkenne alle meine Fehler an. Bitte vergib mir. Ich kann dir nicht vergeben. Verlass mein Haus sofort. Klaus, bitte vergib mir. Ich habe keinen Ort zum Leben. Ich bin allein. Ich habe gesagt, geh jetzt sofort weg. Warum kannst du mir nicht vergeben? Ich bin allein auf dieser Welt. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Dein Stolz und deine Schönheit. Ich werde mich bei deiner Mutter entschuldigen. Ich werde es nicht noch einmal tun. Du kannst dich nicht ändern, Lucy. Ich kenne deine Natur. Verlass einfach mein Haus. Genug ist genug. Ich gehe nirgendwohin. Dies ist auch mein Haus. Ich bin deine Frau. Ich lasse mich von dir scheiden. Zeig mir nie wieder dein Gesicht. Mach was du kannst. Ich gehe nicht. Lucy, raus. Auf keinen Fall. Lass meine Hand los. Klaus, mach die Tür auf. Lass mich rein, Klaus. Klaus. Klaus, das ist nicht richtig. Ich bin gerade sehr glücklich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Ich werde dich immer unterstützen. Du bist mein Schatz. Peter, mach die Tür auf. Ich möchte mit dir sprechen. Ich habe gesagt, mach die Tür auf. Ich brauche dich wirklich. Herr Peter ist nicht hier. Was meinst du? Er ist in ein neues Haus gezogen. Kennst du die Adresse? Ja, ich kenne die Adresse. Er ist mein Lehrer. Ich gebe dir seine Adresse. Okay, danke. Guten Abend, Tante. Du? Was machst du hier? Verzeih mir bitte. Klaus hat mich verlassen. Ich wusste, dass es passieren würde. Wer ist im Wohnzimmer? Ich glaube, die Tante spricht mit jemandem. Ich weiß es nicht. Wir sollten nachsehen. Gehen wir. Geh raus, Lucy. Verschwinde sofort von hier. Lucy, was machst du hier? Peter, verzeih mir. Klaus hat mich verlassen. Ich bin ganz allein. Wir kennen dich nicht. Geh einfach weg. Peter, bitte verzeih mir. Mein Vater ist gestorben. Mein Mann hat mich verlassen. Ich habe keinen Ort, an den ich gehen kann. Ich bin hilflos. Du wusstest, dass es passieren würde. Du liebst immer das Geld. Geld ist alles für dich. Bitte, Peter. Gib mir eine Chance. Lass mich in deinem Haus bleiben. Was? In welcher Funktion möchtest du hier bleiben? Wer ist sie? Sie ist meine Frau. Wir haben gerade geheiratet. Was? Ihr habt geheiratet? Ja, wir lieben uns mit einer wahren Liebe, nicht mit der, die du kennst. Ich bin schockiert. Übrigens, Glückwunsch. Gut, du kannst hier bleiben, aber unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Du musst hier als Markt arbeiten. Das werde ich nicht tun. Ich lehne deine Bedingung ab. Dann verlasse jetzt mein Haus. Das kannst du mir nicht antun. Wir waren Nachbarn. Ich weiß, wie du mit uns umgegangen bist. Du hast deinen eigenen Vater betrogen. Du wirst dich nie ändern, Lucy. Bitte, Peter. Lass mich hier bleiben. Wohin soll ich gehen? Mein Mann bietet dir einen Job an. Es ist eine goldene Gelegenheit. Arbeite hier und bleibe bei uns. Ansonsten hast du keine Rolle, um zu Hause zu sein. Ich habe noch nie zuvor als Markt gearbeitet. Bitte, lass mich hier bleiben. Ich werde bald einen guten Job finden. Wir wissen, dass du nicht an der Universität warst. Niemand wird dich einstellen. Peter, du hast mich geliebt. Du hast recht. Ich habe dich geliebt. Aber du hast meine Liebe nicht respektiert. Du bedeutest mir jetzt nichts mehr. Geh jetzt sofort weg. Wohin soll ich gehen? Ich bin obdachlos. Bitte Gott, hilf mir. Ich habe so viele Sünden begangen. Papa, kannst du mich hören? Papa, ich will nicht leben. Ich sollte mein Leben für immer beenden. Doktor, wie geht es ihr jetzt? Sie hat viel Blut verloren, aber es geht ihr jetzt gut. Was? Ich kenne sie nicht. Sie lief plötzlich auf mein Auto zu. Das ist ein Fall für die Polizei, aber mach dir keine Sorgen. Du bist mein Cousin. Ich werde dich retten. Was soll ich jetzt tun? Ich glaube, sie ist ein obdachloses Mädchen. Sie kann hier arbeiten. Wir werden ihr einen Job anbieten. Lass uns mit ihr sprechen. Wo ist sie? Sie war hier. Doktor, diese Dame hat das Krankenhaus verlassen. Sie ist weggelaufen. Sie ist verrückt geworden. Mama, es tut mir so leid. Ich werde dich nie wieder verlassen. Es war nicht deine Schuld, mein Sohn. Ich bin glücklich, dass du zurückgekommen bist. Ich liebe dich so sehr, Mama. Klaus, ich möchte dich etwas fragen. Ich möchte, dass du Lucy suchst und ihr einen Platz zum Leben findest. Aber Mama, ich habe sie vertrieben, um dich zufriedenzustellen. Ich weiß, Sohn, und ich schätze das. Aber sie ist jetzt allein und hat kein Obdach. Bitte, Klaus, finde sie und hilf ihr. Okay, Mama. Ich kann dir keinen Wunsch abschlagen. Drei Tage später. Wer ist sie? Ich weiß es nicht. Sie lebt auf der Straße. Sie ist verrückt. Armes Mädchen. Mir tut sie so leid. Sie hat keine Kleidung zu tragen. Sie zittert. Lass uns ihr etwas Geld geben. Wer bist du? Wie können wir dir helfen? Wer bin ich? Ich bin ein arrogantes Mädchen, dessen einziges Ziel Geld und Reichtum waren. Hilf mir. Ich habe Hunger. Ich habe etwas Essen in meinem Auto. Ich werde es dir bringen. Hier hast du. Gott segne dich. Lucy, warum sitzt du so auf der Straße? Wir haben drei Tage lang nach dir gesucht. Ich wurde nirgends zur Arbeit akzeptiert. Ich bin jetzt obdachlos. Komm mit uns. Meine Mutter bat mich, dir, eine Unterkunft und einen neuen Job zu beschaffen. Ist dieser Job als Markt in eurem Haus zu arbeiten? Nein, Lucy, so ist es nicht. Du wirst in unserer Firma als Dateneingabe-Mitarbeiterin arbeiten. Wir werden dir auch die Miete für die Wohnung zahlen, in der du mit deinem Vater gelebt hast. Werdet ihr das wirklich für mich tun? Was seid ihr für gute Menschen? Ich danke euch vielmals. Neun Monate später. Ich bin heute so glücklich. Unser Traum wurde wahr. Ich auch. Du hast Zwillinge zur Welt gebracht. Schau ihn dir an. Er sieht aus wie du. Er hat wunderschöne Augen. Oh mein lieber Engel. Gott segne uns. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Ich bin heute so glücklich. Umm, jetzt geht vivir aus! Ich bin heute so glücklich. Ihr seid froh, ich bin heute so glücklich.